Wir sind hier in Elchingen am Sportflughafen. Wir haben hier heute die Kick-Off-Veranstaltung unserer HS Schoch Edition. Genau gesagt die 25 Jahre Truck Styling Edition. Und die präsentieren wir hier heute zum ersten Mal. Die wird dann das ganze Jahr noch über die Truck-Rappries und auf der IAA vermarktet werden, zusammen mit unseren Partnern. Ja, 25 Jahre Truck Styling Edition bedeutet natürlich dann auch dann 25 Jahre Truck Styling mit der HS Schoch GmbH. Und da ist dann auch so, dass wir dann irgendwo mal anfangen mussten. War im Bereich von Spoiler und Aufbauten, Seitenfahrschutze, was dann aber doch ziemlich schnell zum Edelstahl Truck Styling wurde dann. So wie wir es auch heute noch machen. Typisch für uns ist, dass wir das Fahrzeug spezifische Design aufnehmen mit unseren Produkten und das dann auch entsprechend in der Produktion umsetzen. so wie wir es auch heute noch machen wollen. so wie wir es auch heute noch versuchen zu testемся. Wir haben die Fahrzeuge hierfür mit unserem kompletten Produktprogramm ausgestattet. Das fängt an mit einem Dachlammenbügel, Bampas, Bullfängern, Radzubehör oder sonstige Auftritte, aber auch Arbeitsplattformen. Ganz interessant ist auch, dass wir bei einem Typ unsere Pulverbeschichtung eingesetzt haben. Das heißt, da haben wir alle Teile noch komplett gepulvert in Strukturpulver. Also wir haben uns bewusst für ein modernes, innovatives, trendiges und farbenfrohes Design entschieden. Wir wollten auf die Art und Weise auch ausdrücken, dass wir immer einen Schritt voraus sind, immer ein bisschen moderner und innovativer wie die anderen. Natürlich möchten wir uns auch bei den Herstellern und bei den Händlern bedanken, die uns die Fahrzeuge zur Verfügung gestellt haben und uns auch die Erlaubnis gegeben haben, die Fahrzeuge nach unseren Vorstellungen zu gestalten und auch damit einverstanden waren, dass wir ihre Corporate Identity gebrochen haben. Man sieht ja, manches Logo ist doch ein bisschen verfremdet in der farblichen Darstellung, aber es passt wiederum hervorragend zu den Trucks und es gibt ein schönes Gesamtbild.